Oransia City Oransia City Eine... eine Hafenstadt wie im Armbrot Äh, Armbrot Ach so! Loll, okay Ich bin... Hundbesitzer Weil das hier in diesem... Hier echt im Bereich gehört mir Aber ich möchte hier bauen und lasse meinen Pokémon Und deshalb den Boden für mich eben So... So... Wenn ich draußen Sport mache Wenn ich immer verschwitzt und dreckig Und fast schleimisch Da fällt mir ein Wusstest du, dass Schleimer aus dem Schleim im Meer entstanden sein soll? Ne, das wusste ich nicht Waffen von Oransia City Ich bin... ... und ich bin... Die Kräuter In der letzten Zeit wurde... äh, wurde Rote 12 hin und wieder von einem Schlafenden blockiert Wenn das der Fall ist, wieder nehmen sie den Fels-Tunnel nach Livyat Aber, ähm, ich muss mal jetzt auf die Karte gucken. Nein, nee, nicht da. Und für die Dichterhölle? Ah, ist die Dichterhölle, okay. Aber was ist hier oben? Die Dichterhölle. Hä? So, dann gehen wir mal hier in den Shop rein. Ich habe leider, aber wir haben leider nicht geguckt, welche tollen, super Neuigkeiten es gibt. Es gibt böse Menschen, die Pokémon für Verbrechen missbrauchen. Ein gutes Beispiel ist ja für Team Rocket. Sie verlangen, wir handeln mit Pokémon. Die stehlen sie und versuchen sie dann teuer zu verkaufen. Glaubst du das, oder? Ja. Auch man kann gut und böse sein. Das hängt ganz von den Tränen ab. Also wie, das ist wie Hostia, also wie Hunde. Hallo, herzlich willkommen. Ja, super Ball, super Trainer, blablabla. Lock. So. Ich brauche nichts. So. 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 Zum Glück schon verschwindet ihn. Hier wieder so gerne mal auf die MS Anna durch die Welt reisen. So kann ich überall Freunde finden. Auf diese Dinge sollte man besser nicht herumklettern. Daran werden Schiffe mit einem Tau festgebunden. Howdy, zukünftiger Champ! Wie geht's, wie steht's? Hier geht es zur Arena von Oraner City. Aber um sie zu erreichen, musst du irgendwie diesen Schrauß verschneiden. Du siehst so aus, als hättest du peinblaschen Schimmer, wie du das anschauen sollst. Hm, wenn ich mich recht erinnere, der Käpt'n der SMS Anna, ein Profi in Stützen von Sträuchern. Vielleicht kann er dir dabei helfen. Ich habe gehört, dass manche Pokémon ihre Trainer lieber tragen, als die im Rundnahme rumlaufen. Wie cool das Mullen ist, wenn man auf seinen Pokémon fliegen oder sogar über Wasser fließen kann. Wenn ein Trainer voller Stolz von seinen Pokémon schwärmt, hört ihn auch nachher zu. Vor dir sitzt der Vorsitzende des Pokémon Club. Mehr als 100 Gefangenen habe ich bereits gefangen und es ist kein Ende in der Sicht. Wenn es um Pokémon geht, bin ich quasi wie ein Wasserfall. Also, bisher herumgekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren. Ja. Schon, schon, sehr, sehr schön. Also, der Lopper ist also mein Liebling. Es ist unfassbar süß, klug und bla 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 bla. Dein Fell ist glatt und massischig und bla 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 bla. Das siehst du genauso, oder? Du musst nicht sagen, ich verstehe schon. Es ist so bla 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 bla. Selbst wenn es schläft, ist es ganz warm und bla 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 bla. Es ist einfach wundervoll. Und ja, ich liebe es. Ah, es ist K- Ach, hoppla. Ah, die Zeit. Ach, hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel Spaß gemacht. Danke, dass ich mich so gehört hast. Ja, ein kleines Geschenk von mir. Du erhältst ein Eboli-Set für mein Vorsitzender. Du schaust es in deine Klamotten-Tische. Das ist ein Klamotten-Set. Damit kannst du dich an den Stil des Partners im Programm anpassen. Man könnte allerdings in einem Partnerblock auftreten. Du willst es in dem Menü mittlerweile... Ja, das ist ja schön. Unser Vorritte redet unüberbrochen über Pokémon. Hopp, hopp, hopp. Ich liebe ihr Hopp. Es quitsch, wenn ich den Orbenarm nehme. Oder wie. Schau mal. Hat mein Pikachu nicht ein niedlicher Schweif? Das sind wirklich Fangirls dort. Bist du bereit, die wichtige Fragen aller Fragen zu beantworten? Magst du lieber das Hunde-Pokémon-Füllreaktor? Oder Miautsi das Katzen-Pokémon? Hanno? Tut mir leid, blöde Frage. Du musst gar nichts sagen. Man sieht dir die Antwort schon an. Wenn du ganze 5 Ex-Pist-Jahre von Katzen-Pokémon rausgefängst, schick ich eine Kuh. Okay. Also wir müssen jetzt mehr rauszufinden. Kuhnstück. Und her schlägt für Vogel-Pokémon. Als sie mit meiner Pokémon-Partner weitbrot, um einen Hubby-Plug zu fangen. Ganta. So, wo haben wir schon? Haben wir mit ihr geschmückt? Ah ja. Der hat uns ja das erzählt. Mit dem Dreck. Ich habe vor kurzem ein Shigi gefangen. Um diesen Pokémon. Ich stelle nur noch einen Umfang an. Ich würde so einen Trainer abgeben. Sobald du mehrestens 60 Pokémon gefangen hast, können wir da mal drüber reden. Hast du gesehen? Die MS liegt gerade im Hafen von Ankara. Anfänger in Sachen Pokémon sind bei mir in der richtigen Adresse. Der Besitzer des Hauses ist gerade nicht da. Ich nutze die Gelegenheit, um daraus einen Ort zu machen, wo Trainer untereinander Informationen und Erfahrungen austauschen können. Mit einem Superball ist es viel leichter, einen Pokémon zu fangen, als mit einem Pokéball. Aber leider ist auch ein Superball nicht für ein Garantie-Empfang. Wenn der Ring grün ist, ist dann das Pokémon leichter zu fangen. Gelb bedeutet, dass er etwas schwieriger bei Rot. Rot sehe ich schwarz. Ein Geheimtipp für Werfen für Pokébälle? Warte, bis der Weg so klein und möglich ist. Und dann zieh genau in der Mitte. Das machen wir schon. Ich habe ein wildes Pokémon mit einer Narabeere zu essen gegeben. Es wurde gleich ruhiger. Ein Pokémon lässt sich viel leichter fangen, wenn er sich so ständig hin und herrscht wird. Das haben wir, glaube ich, bei Abbau gehabt. Haben wir auch eine Beere gegeben? Und dann... Ja. Wenn du an Kleinstein gehen, meinen Kleinstein schausen willst. Äh, können wir machen. Kleinstein. Äh, willst du mal ein Team bewegen? Und Hexo? Nein! Nein, nicht nicht! Sorry, Evoli. Aber wir müssen gleich mit seinen Tauschen. Zum Tausch anbieten. Und vielleicht kriegen wir wieder irgendein... ... anderes Kleidstand. Und eine andere Region. Ja, dann Schnäuzer. Und eine Augenbraue. Alte Scheiße. Da fehlt... Unser... Ein Elektro ist das auch noch. Gestein und Elektro? Wenn du mir noch einen Kleinschnitt aus der Kanto-Region bringst, tausche ich es hier mit dir. Nichts, Gott, Pokémon, okay. Pokémon können unterschiedlich stark sein. Ich werde selbst einen... ... schwache Pokémon aber auch Bomben uns geben, um die stärker zu machen. Pokémon mit hohen Level sind stark. Daran ist nicht zu röckeln. Aber selbst Pokémon mit hohen Level sind unterliegende Typnachteile. Ein unbesiegseltes Pokémon. Das gegen alles... ...gegenfällt. Das gibt es einfach nicht. So, Pokémon-Setup. Das hat Trainer gekommen zu meinem Team mit hoffen. So. Team... ... haben da einfach Spreche. Hast du gesehen, die MS-Handel liegt gerade im Hafen vor Anker. So, jetzt sind zwei Sachen. Wir können einmal auf das Schöpfchen gehen oder hier Land gehen. Wir sind schwer beeindruckt, da sollten einen langen Tunnel gegraben haben. Ich glaube, wir müssen zuerst- Warte, da kriegen wir... Nein, nein, nein. Nein, warte ich hin. Progabelle. Weil da kriegen wir... ...den Schneider. Weil wenn wir den Schneider haben, können wir theoretisch auch überall anders hinlegen. Die Dicta-Hülle war ja nur ein Verbindungsglied. Von da oben bis da unten. So, raus fast Level 18. Knirscher. Äh... ...und wir nicht erlernen. Unendlich da ein Trag. Dicta befolgt zum dunklen Ort. Halten sich meistens unter der Erde an Fläche auf. Aber auch? Oft in Höhlen. Sei also vorsichtig. Ja, wir gehen lieber... ...wir gehen wir lieber auf ein Schiff. Und dann gehen wir hier den Weg. Weißt du, sonst verlaube ich mich. So. Die MS Anna ist ein berühmtes und sehr luxurisches Kreuzfahrtschiff. Die macht jedes Jahr genau einmal... ...einmal im... ...macht jedes Jahr genau einmal im Hafen von Arione Halt. Wir kommen auf der MS Anna. Warte, hast du überhaupt heute ein Ticket? Ja klar. Haben wir von Wildi gekriegt. Oh, vielen Dank. Willkommen an Bord. Und herzlichen Glückwunsch. Du bist tausendst... ...und der hundertste Panzer. Der heute an Bord geht. Dafür bekommst du ein kleines Nominier. Für dieses freshe Ausfisch kannst du... ...die frische Meerflühe gleich besser spüren. Matrosensat. Jetzt haben wir Matrosensat. Warte mal, ich will das mal anziehen. ...ein... 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 ...Urteil? Die Schuhe sehen geil aus. Tasche? So... ...Kopfwegedeckung. So... ...zu Ewelie. So... ...Kopfwegedeckung. ... ...So... ...M.S. Anna. Hey, Becker, du bist ja endlich. Danke nochmal für das Ticket. Dieses Schiff ist echt gedanktisch. Es wirbelt nur von Tränen an. Sieh an, das ist ja Becker. Oh, da ist jemand an, das ist ja Becker. Ah, und Nickel auch. Wo man überall auf den Weg läuft. Hallo, Blau. Hast du eine Kreispfad? Nee, ich wurde nur zu einer Party hier auf dem Schiff eingeladen. Wir machen ja auch an. Also, wieder vom Acker. Auf diese Party gab es eine Menge, wenn ihr es zu ergattern. Ich, hier, ich gebe euch mal was, gerne was ab. Okay, eine Salve. Ach, eine Sache noch, eine Salve noch. Auf diese Party habe ich schlimme Gerüchte aufgeschnappt. Sagt euch Team Rocket was? Echt? Jetzt? Für dich ist Angst vor, ein Fremdwort war's. Jedenfalls, schon Team Rocket hier eine gefällige Organisation zu sein, die Pokémon auszunutzen, um Profit damit in EAS zu schlagen. Und das ist ja wohl das Allerletzte. Ich werde mir die Loser mal auf Nähe und gucken. Ihr zwei passt euch lieber auf und euch auch. Verstanden? Machen wir. Das machen wir. Team Rocket? Wenn du dich das nächste Mal mit solchen Leuten anlegst, hol mich dazu, hörst du? Einige Passagen, Paragiere, sind schon lange Antwort. Dass sie sich nach Abwechslung sehen, wundert dich also nicht. Wenn dich der eine oder andere zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Oh Gott, ich hätte gerne etwas Süßes. Klingt sie mir noch eine Vanillische Mütte? Äh, kannst du lange warten. Ein Knuddelhof. Ein Knuddelhof und ich gehen immer gemeinsam aufreisen. Ach, so eine Kreuzfahrt ist sowas Wunderschönes. Meine Pokémon ist schon aus aller Welt. Du musst dir das mal ansehen. Alexios ist schön, halt. Ich glaube, ob sie haben wir schon, kennen wir schon. Oh, Flügel-Schlag? Okay, das, das kenne ich noch nicht. Die Pikachu haben wir auch schon. Doppelki. Doppelki. Blauer Angriff. Ne, Fluchtwärter, okay. Und Sternschauer. Oh nein! Dabei sind die doch Pummen von der Welt. Du gewinnst 1.200 Poker-Dollar. Naja, es ist 3 Poker-Welle. Und dieses Business aber? Ah, den habe ich nicht gesehen. Der, der hat sich versteckt hinter dem Sofa. Der kleine Knopf. Mankey? Den haben wir noch nicht. Kampf? Ähm, wir sind okay. Team mal getroffen. Sternschauber. Boah, du bist so stark. Du gewinnst heute 320 und 3 Poker-Welle. Ihr habt mir mehr gedacht, dass wir 1.000 kriegen. Wir finden noch einen Paraheiler. Meine Kinder und ich haben uns eine kleine Weltreise gekündigt. Ich bin ein Mitglied der internalen Polizei. Ich bin Team Rocket ganz dicht auf dem Fernsehen. Moin Moin Moin, Glatratratel. Ich arbeite als zuerdebt. Hier auf dem Kran. Frag Bescheid, wenn ich dir irgendwas tun soll. Nö, ne? Unser Gespräch bist du ja auch nicht. Hm. Hey, aus dem Weg leiden mal, Rosa. Eine Kusche bewirkt, dass die andere jemals länger warm halten. Das sind diese silbernen Metallhauken, die man über den Teller führt. Oh, das wüsst du so Bescheid schon. Eigentlich nicht so wirklich. So viel ist eine Spurdose Schutz. Ich bin hier der Chef. Der Kursli-Kruppse. Der heutige Hauptbank ist Mamoria Cracker. Der einzige Geschmack der Kanto-Regierung, schätze ich. Willkommen, suche eine Pranität nur auf meiner Speisequartung. Ich bin so beschäftigt, dass ich nicht mehr weiß, wo mir mein Kopf steht. Aber stürme mich bitte nicht. Schnief. Ich schildere hier den Tag lang schon die Swiebeln. Schnief, Schnief. Gänst du dir da zu? Das Zeichen Feinschmecke... Feinschmeckebuben? Es gibt kein anderes, das so viel friert ist und so viel schläft wie er. Oh, da sind die ganze Zeit noch ein Gartabeln. Gartabeln, die sind noch ein Gartabeln. So, dann gehen wir mal hoch. An Bord der letzte Kreuzfahrtschiff befinden sich Tränen aus aller Welt. Einfach jeden will bei uns mitreisen. Jedes Mal. Wenn wir einen Hafen anlegen, schmeißen wir eine Party und laden Tränen ein, die mit uns feiern dürfen. Ich glaube, ich gehe mal links hoch. Der Kapitän ist ein Meister, der Schwertkämmen. Vielversprechende Talente zeigt er sogar, wie man die geheimen Techniken der Spaltschnitt meistert. Das ist ganz aufgeregt. Irgendwie ganz aufgeregt. Oh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Uiuiuiui, du wirst nicht sogar sehr krank. Wie, ich dachte, er muss arbeiten. Der Matrosa. Wie, ich glaube, wir müssen verteidigen. Ja, ich glaube, wir müssen verteidigen. Okay. So, dann können wir gleich den nächsten Pokémon. Na, heute Zollo brauchen wir ja nicht ersetzen. Hmm. Das zweite Mal ist ihr überlebt tot. So, ich hab wohl nicht auch was. Hier gewinnst du 1.800, äh 1.080. So, hier ist das Ende des Let's Play. Im nächsten Tag geht es weiter und wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir einen Follower, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn nicht wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao.